So, okay, Rang 3, abgeschlossen, 1. Weekend League solide, 16 Wins, 2 Stolperer nach 8 zu 0, dann wieder gut zurückgekommen, einmal knapp noch verloren, verdient und 16 gute Siege für die 1. Weekend League mit ganz vielen Sachen, die ich mir mitgenommen habe für die kommende Woche, die ich trainieren werde, um dann nächste Woche nochmal eine Schippe draufzulegen und ob wir es schaffen, werden wir sehen, aber gemeinsam werden wir es angehen, darauf freue ich mich. Danke jetzt schon mal für die Unterstützung. Das sind sie, 3 Spielerwahlobjekte, 2 seltene Spielersets, ein ultimatives Pack, 2 Premium Team der Woche Sets und 75.000 Münzen, also es sind wirklich gute Rewards. Ich bin zufrieden, dadurch kann ich einiges ausbauen in meinem Squad. Okay, so, wir machen Dunkelkammer, okay, so wie wir es immer machen. Spannend, ich schaue auch nicht hin und dann machen wir es Step by Step. Let's go, aufmachen, wegschauen und das ist der erste. Weiter geht's. Nächster. Meine Damen und Herren, zum insgesamt dritten Mal aller guten Dinge sind nämlich drei, haben wir den guten Zorlot gezogen. Schön, dass es dich gibt. Okay. De Marcos. Weiter geht's. Next one. Pajercity. Zum zweiten Mal. Stammai. So, du ne? Alles gut. Next one. Trossart. Okay, dann nehmen wir halt den 84er, was soll's. Und let's go. Weiter geht's. Come on. Nummer drei. Madison. Madison. Das ist no handgaming. Nächster. Nummer vier. Nummer fünf. Werner. Immerhin. Werner. Mit Längs. Nee, Quatsch. Kein Längsi. Aber immerhin, oder? Super Sub. Werner. Der kann immerhin flitzen und hat vier Steine schwacher Fuß. Immerhin. Und tadaa. Dann so. Nächster. Musiala. Geht eigentlich. Der ist doch im Mittelfeld in Ordnung. Den darf man mal einwechseln. Schau mal seine Beweglichkeit an. Nächster. Tadaa. Okay, Nummer vier. Tadaa. Nicht mal Leao, gar nix. Na servus. Na servus. Ja, ist solide. Hm? Solide. Okay, Packs. Ultimatives Pack. Zwei seltene Spieler-Sets. Und da haben wir zwei untradeable. Die machen wir zuerst auf. Das ist ein Zeichen, Leute. Hört ihr die Musik? Seltene Spieler-Set. Das ist ein Zeichen. Come on. Also ein 82er als höchsten Spieler bei 16 Wins Weekend. Leg euch schürzen mit mir. Na immerhin. Na immerhin. Marquinhos kommt der ist was wert. Das ist gut. Und jetzt, Leute. Und jetzt, Leute. Wow. Was geht? Was ein Pack. Ach du heiliges Posaunenrohr. Oh mein Gott. Was ein Pack. Wow. Wow. Was ist dieses Pack wert? Was ist dieses Pack wert, Leute? Ach du Kacke. Krankes Pack. 250, 300k. Rodrigo ist auch noch da. Gut, der ist nichts wert. Aber Marquinhos, Cassie, Paqueta, Iconé. Haben wir vielleicht noch in einem krassen Doppelten? Nee. Boah. Geil ey. Geil ey. Boah. Da können wir unser Team ordentlich verstärken. Aber, warte mal. Der Kollege hat Lengthy, ne? Geis. Der spielt Lengthy. England. Was ist das für eine kranke Karte? Five-Star-Skill, Forster, Weakfoot. 91 Dribbling. Oh mein Gott. Vielleicht baue ich den sogar ein in meinen Squad. Was geht? Der mit Lengthy? Also Paqueta fürs Main-Team, das ist schon krass. Weil da kann ich echt quirlig sein in der Mitte. Wir haben ja noch die beiden Packs, Leute. O.K. Okay. O.K. Madison und der Marquinhos. 20k, na immerhin, Madison. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist ein gutes Pack, bin zufrieden. Der mag mich, der mag mich. Werner, immerhin, aber immerhin, Werner. Also wir haben fast 100k wieder rausgeholt aus diesen Packs. Ja, geil. Pacchetta möchte ich eigentlich schon einbauen, der sieht so krass aus. Ich habe halt überlegt, Messi zu holen. Leute, geil, geil, wirklich. Geiler Stream, geile Weekend League, geile Leute. Hat so gebockt. Wir nähern uns dem Ende des Streams. Ja, ich zock jetzt kein Game mehr, wir waren wirklich fleißig. Und ich werde jetzt schauen, was ich noch so mache mit diesem Squad. Bitte, noch mal, ich appelliere, lade dir die App runter. Ausrufezeichen App. Und nutze die Performance-Tabelle, wenn du schnell besser werden möchtest in FIFA. Nutze die Performance-Tabelle, die ist kostenlos in der NGU-App verfügbar. Du gehst einfach auf den Performance-Bereich hier unten. Hier, hier, ne? Da klickst du drauf. Hier, zack bist du da. Das wird dich besser machen. I promise. Kostenlos anmelden in der App und sie nutzen. Und dazu am besten noch das kostenlose einmonatige Pro-Abo. Dann hast du Zugriff zu allem. Zu den Cups, zu der School, zu allem. Geil. Also, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Wir sehen uns morgen wieder beim Video. Jetzt raiden wir. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Daumen drücken, fürs Unterstützen und an alle, die hier auf Extra-Ebene mit Bits, Donations und Subs Unterstützung dargelassen haben. Ihr seid großartig. Dankeschön für die Hilfe. Ich weiß es zu schätzen. Das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer Mittwochabend im Livestream. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Let's go. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.